Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Rayman Legends. Wir sind immer noch auf dem Olympus Maximus unterwegs und ja, da wollen wir dann noch mal ein paar Level machen. Retto Olympia hatten wir schon, ne? Ja. Jetzt kommt durch den Vulkan. Oh je, oh je. Oh, den will ich haben. Nein. Oh, gekriegt. Yay. Ist das jetzt so ein Level, wie ich meinte? Zack, so. So, kaputt machen können wir die auch noch. Das bringt immer schön Looms. Und jetzt bekommen wir wieder die Faust. Yeah. Die Faust gefällt mir sowas von gut. Oh ja. Ist das vorletzte Level? Vor dem Endboss? So oder ähnlich. Hm, war das doch immer, oder? Ach ja, wir brauchen Murphy. Hallo Murphy. What's up? Okay, Rayman. Let's do it. Okay. Hier werde ich jetzt mal ein bisschen rennen. Upsala. Einmal rauf, einmal hier rum. Oh, das war nicht so gut. Und das noch weniger. Okay, du nach unten. Du nach oben. Ich hier lang einfach. Yeah. Okay, da scheint auch nichts zu sein. Ah, komm her. Oh nein. Zu weit. Okay, nochmal nach unten. Nach oben. Hier lang. Und so. Manchmal muss man ein bisschen auf das achten, was hier so passiert. Ah, nee, okay. Ach, komm schon. Ah, es tut mir leid. Äh, ich glaube, ich bin gerade ein wenig neben der Spur mal wieder. Ist ja in Rayman jetzt nichts Neues eigentlich. So, du kannst noch weg. Hier rauf. zack. Genau. So, so geht's auch. Aua. So, du noch weg. Ähm, eine Frage ist, wo finde ich hier denn wohl diese Geheimräume? Oder ist das wieder so ein Level, wo es nur drei gibt? Ich meine aber nicht. Das hätte ich ja, glaube ich, gesehen. Ach, so leid es mir tut. Ich will jetzt noch mal eben noch nachschauen. Ne, hier geht's aber nicht nach oben weg. Okay. Gut, dann, äh. Sei dem so. Bam. Sehr merkwürdiges Level. War auch ein bisschen knapp, oder? Ich habe, glaube ich, einen Geheimraum gefunden. Gut, war ja dann doch nicht so schwer. Der erste zumindest nicht. Okay. Oh. Das war dumm. Ich hätte eigentlich gedacht, das reicht, von der Neigung her, damit die einfach dagegen dingsen, aber das war wohl nix. So sollte es aber reichen. Ne, genau. Ja, der blockt einfach alles ab. Das ist gut. Oh, das war ja kurz. Ein kurzes Vergnügen. Naja, macht ja nix. Königin, haben wir das schon mal gut. Ich frage mich nur, wo die ganzen anderen Kleinlinge dann noch sein sollen. Okay. Hi. Wenn ich schneller werde, wird der auch schneller. Interessant. Okay, hier muss ich jetzt mal ein bisschen aufpassen. Okay, den haben wir. Eigentlich könnte ich die auch mal, naja, nach unten schlagen, ist ja immer so eine blöde Sache, ne. Okay. Boom. Das war ziemlich knapp, glaube ich. Gut, dass diese kleinen Fitzel mir nichts mehr können, ey. Das hier sieht immer so... Na, da oben komme ich aber nicht dran. Na gut. Das hier ist wieder ziemlich offensichtlich, finde ich. Boom. Hätten wir auch Geheimraum Nummer zwei. Ja, okay. Halt. Du noch weg. Boom. Hei, hei, hei. Okay, okay. Das hätten wir auch geschafft. Ähm. Boah, ich bin heute so unkonzentriert. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel ich überhaupt geredet habe oder ob ich überhaupt geredet habe jetzt in den letzten Minuten. Ist ein bisschen merkwürdig, dieses Gefühl. Muss man mal ehrlich gesagt zugeben. So. Jetzt hier rum und hier lang und hier rüber und hier den und hier rauf. Okay. Jetzt wird es langsam noch ein bisschen hektisch, weil hier wieder alles einstürzt. Ach komm. Ja, du musst schon hier rüber, sonst, ähm, bringt das alles nichts. Okay. Gut. Und. Ah, ich habe vergessen zu fliegen. Also A zu drücken. Ach. So was peinlich ist. Okay, und du noch. Ach, dann wurde ich doch noch getroffen. Okay. Da waren die Reste dann doch nicht so harmlos. Ah, okay. Ich habe schon wieder vergessen zu springen. Ne, also irgendwas stimmt heute nicht. Das tut mir auch sehr leid, aber naja. Müsste jetzt leider mal mit leben. Das Spiel seht ihr ja trotzdem. Das finde ich ziemlich gemein. Boom. Ja, ich habe hier, hier vergesse ich ganz gerne, glaube ich, dass hier das Ding ins Aufhört. Okay. Weg. So, jetzt müsste der mich ja hier runterbringen. Ne, genau. Und du mich hier hin. Gut. Sehr gut, sehr gut. Knapp, aber geschafft. Okay. Gucken wir mal oben hin. Einer fehlt noch. Sehr gut. So, du kommst erstmal hier runter. Aua. Hier runter. Nein, ich will die Münze. Ich will die Münze. Was, wie ist es hier? Wurde ich jetzt zurückgesetzt? Oh, ist ja voll fies. Ey. Na gut, machen wir den Kram nochmal. So, und du noch weg. Hey. Weg, sagte ich. So, okay. Genau, die Münze wollte ich haben. Und jetzt geht's wieder los. Ah, ne, ja genau. Sie springt jetzt runter. Gut. Ach, guck mal, wer da ist. Dass die alle auf den gleichen Trick reinfallen, ist schon ein bisschen erbärmlich. Muss man mal schon so sagen. Ach ja, das ist ja die letzte. Hm, entschuldigt. Das ist, äh, es stimmt. Ja, so war das. Eu, ja. Da haben wir mit den Looms aber mal überhaupt nicht übertrieben, ne? 600 brauchten wir für Gold. Wir haben nochmal 125 mehr draufgepackt. Yay. Gut, dann kriegen wir auch direkt das nächste Charakterding freigeschaltet. D-d-d-dim. Sibylla. Auch ein, ähm, schnieker Name. Töfte, töfte. Ähm, gut. Das, au. Ist das das, woran ich mich erinnere? Oder ist das? Oh ja. Oh ja. Dieses Level habe ich, glaube ich, schon einige Male gespielt. Zumindest kommt es mir sehr bekannt vor. Nein! Na, ich habe mich wieder in die falsche Richtung gedrückt. Meine Reflexe sind heute nicht so gut. Das ist schade. Genau, dann hier rüber, dann hier rauf, dann hier hoch. Und hier rauf und hier rüber. Okay. Jawohl. Jetzt läuft es doch wieder kurzzeitig zumindest. Jippie, okay. Und hier geht es weiter. Na, komm schon. Das war knapp. Und hier rüber. Jawohl. Boah, es läuft doch. Es läuft doch. Nein. Aha. Das war nicht ganz so gut, aber besser als nichts. Oh. Bam. Nein. Ich habe gedacht, ich hätte die Faust noch. Hui. Na, egal. Haben wir auch gepackt. Und auch alle Looms. Sehr schön. Weniger Arbeit zum Vervollständigen nachher. Yeha. Okay. Jetzt sind wir schon bei fast 300 Kleinlingen. Schon wieder so eine. Auch schon wieder sehr knapp angezogen. Sind die das alle, oder war das nur... Ist mir das nur bei der Agentin so extrem aufgefallen? Na gut. Äh, im Dutzend gefährlicher. Ja, supi. Dann ist das jetzt bestimmt das letzte Level vor dem Ende. Äh, vor dem Endkampf Dingens. Yeha. Ja, fallt mal alle in die Lava. Das gefällt mir. Oh, äh, die kommen aber jetzt wieder raus. Das ist ein bisschen... ungünstig. Hä, was soll denn das dann hier? Oh, IC. Okay, okay. Verstehe. Bam. Da kriegt er noch eine Rübe. Ha, ha, ha. Hups. Ausgetrickst. So. Nächsten befreit. Hier kann man hoch. Oh, nur eine blöde Münze. Ähm. Äh, hä. Also, ihr seht schon, die Viecher, äh, geben einem einige Möglichkeiten. So. Was hindernis? Ach, komm schon. Ihr hasst mich doch, oder? Was, was, was? Warte mal. Hat der gerade die Gravitation geändert? Moment mal. Moment mal. Das war gemein. So. Ich springe und springe und mach so und... Ne, hat er nicht. Ja, komm, übertreibt man nicht gleich. Alright. Let's go. Nein, ach, nicht springen. Was mach ich denn? Einfach weiterlaufen. Tatsächlich, der ändert die, die, äh... Gravitation. Oh je, wenn das Level lang ist, dann werden wir eine ganze Weile noch hier verbringen, du. Also ihr. Also, äh, ne? Ja, ja, genau. Du mich auch. Und alles, alles auch noch auf dem Kopf, ey. Ach, so ging das. Oh, das hab ich gar nicht gesehen. Na gut. Aber alter Finne, was sollte denn der Mist? Eieieieiei. Eieieiei. Boom. Aua. Ne, Moment mal, wie mach ich das denn? Im Prinzip doch so, oder? So, hier schlagen, dann zurück, dann hier und dann hier rauf. Okay. Nein! Okay, nochmal. Der ganze Schjucks hier. Hi! Meine, danke. Meine, danke. Ja, komm. Boom. So, weg mit ihnen. Nochmal die Erinnerung an den... ...Pilz würde ich sagen, dass der funktioniert. ...Dass es den gibt. Oh, der hätte ich springen müssen. Ja, ja, gut. Ich hab's doch verstanden, Spiel. Ist doch gut. Okay, okay. Ist ja gut, ja. Nein! Nein! Okay. Ja! Und da kommen noch mehr. Also, ihr seht schon, ähm... ...was ich mit Verfolgungslevel meinte, oder? Hey! Danke, liebe Pilze. Oh, nee. Bin ich da jetzt... Ach. Bin ich dann echt noch da reingelaufen. Du bist so dumm. Du sollst nicht auf die drauf springen und dich dann abklatschen lassen nach oben. Mal eben ein bisschen warten. Okay. Und rüber. Gute Güte. Ach ja, ach ja, ich erinnere mich. Hm. Äh, folgendes. Nicht umhauen, sondern... ...drauf springen. Und dann... Ich muss aber schneller sein. Ich darf in der Zwischenzeit nicht segeln. Genau so. Nein! Oh, komm schon! Ah! Wir sehen das Ende doch schon am Licht des Tunnels. Äh, warte, was? Ah! Ah. Mich ablenken lassen. Tut mir leid. Junge, lauf, Mann, lauf! Ein Geheimraum fehlt. Na gut. Das ist schade, aber nicht tragisch. Zack. Okay. Auch das werden wir dann noch nachholen. Hui. Yay, 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 yay. Ne, ist immer noch nicht das Ende. Okay. Dann ist das hier der... Genau, dann ist das der Boss und das hier das Musiklevel. Heißt, wir haben genug zu tun. Wir werden dann erstmal hier noch ein bisschen... Freischalten. Back to Origins. So. Das noch. Und noch ein Kuscheltier. So, die gehen wir dann auch nochmal eben besuchen. Wie es nun mal so üblich ist. La la la. Ich weiß gar nicht, was wir mit den ganzen Looms machen können eigentlich. Yeah. So, hier, ne. Ihr seht nochmal die Bestätigung meiner Theorie von wegen Münzen und so. Wie, wer wie viel bringt. An, äh, Looms. Wobei hier halt alle nur die haben. Aber es kann sein, dass, äh, die auch jeweils nur... Vielleicht gilt das auch eher was nach einer bestimmten Truppengröße. Ich mein, da, bei den Fröschen haben wir schon sechs. Naja. Wir werden es noch herausfinden oder nicht. Ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Rayman Legends. Wieder. Bis dahin. Tschau.